Promi Big Brother. Können sich Iris und Peter Klein versöhnen? Während der Zwist zwischen Iris und Peter Klein zu spüren ist, glaubt einer der Bewohner, dass sie ihn doch wiederhaben möchte. Die zerrötete Beziehung von Iris Klein, 56, und noch Ehemann Peter, 56, stand in der neuen Promi Big Brother Ausgabe abermals im Mittelpunkt. Während Jürgen Milski, 59, die Mutter von Daniela Katzenbürger, 37, und Jenny Frankhauser, 31, zur Seite nahm und ihr ins Gewissen reden wollte, erzählte Matthias Mangiapane, 40, dass er schon lange mit Iris Klein abgeschlossen habe. Der Mensch, der Iris Kleins Leben zerstört hat, Punkt nach einer bitteren Trennung und öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht gibt Iris Klein der Schauspielerin Yvonne Wölke, 42, eine erhebliche Mitschuld am Beziehungsaus. Die hatte zuvor unter anderem davon gesprochen, dass Klein Lügengeschichten über sie und ihren guten Freund Peter verbreite. In TV-Container schoss Iris scharf gegen ihren Nochmann, der offenbar versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen. Da sie sich jedoch immer wieder hinzugeselle, wenn Peter gerade irgendwo mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern sitze, habe Hafer-Flockendealer und Ex-Container-Chef Milski die Befürchtung, dass Iris immer noch den Peter zurück will. Er erklärte ihr aber auch, dass er den Grund für ihre Teilnahme richtig scheiße finde. Ich habe es öffentlich erfahren, ich habe öffentlich eine Schlammschlacht gemacht, und jetzt wollte ich es öffentlich beenden, erklärte sie. Seine Mitbewohnerin zeige sich keinen Millimeter einsichtig, musste er feststellen. Magie und Mentalist Philo, 41, sah unterdessen voraus, dass es zwischen dem getrennten Paar irgendwann knallen werde. Der Dschungel und die Exit-Liste. Geknallt hatte es schon vor mehreren Jahren zwischen Manchapan und Iris Klein. Sie habe sehr böse gewettert gegen ihn, ich bin mit der Frau durch. Durch solche Aktionen wolle sie nur Aufmerksamkeit erzeugen. Aber nicht mit mir, wetterte Manchapaner. Du schlägst mir einmal in die Fresse, das zweite Mal hast du gar nicht die Chance dazu. Dabei habe er dieser Frau nichts getan. Punkt Klein wiederum erklärte, dass er damals ihre Tochter Jenny angegriffen habe, als die Sängerin und der Reality-Stile gemeinsam im Dschungelcamp waren. Für sie sei das ein No-Go. Kein großes Wunder, Iris Klein war dann auch eine der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für Manchapaner abstimmten, als es darum ging, wer neben ihr und Paulina Libas, 26, auf der Liste für ein mögliches Bromibig-Brader ausstehen soll. Noch in dieser Woche soll ein Kandidat oder eine Kandidatin von der Exit-Liste aus dem Container gewählt werden. Beziehungsprobleme vor der ganzen Nation. Er wolle sich nicht vor der ganzen Nation hinsetzen und die Beziehungsprobleme besprechen, hatte Peter noch erklärt. Doch in der Nacht auf den 23. November gab es dann doch eine Art TV-Paar-Therapie zu sehen, bei der auch er auspackte. Das Ex-Paar sollte zuvor unabhängig voneinander Fragen beantworten. Die Antworten schauten sich die beiden dann in der Live-Sendung vom Mittwoch gemeinsam an. Iris bereue heute, dass sie sehr emotional reagiert habe und als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Sie habe sich damals gewünscht, dass er sich mit ihr an einen Tisch setzen würde und dass er ehrlich ist. Peter hätte um sie kämpfen sollen und die Ehe laut ihrer Aussage auch retten können. Er wiederum sagte, dass Iris die Gerüchte in die Welt gesetzt habe. Und er hätte gerne von ihr gehört, warum sie immer wieder über ihn Lügen verbreitet habe. In Bezug auf die Beziehung gäbe es für ihn zumindest keine Hoffnung mehr. Sie ist nicht mehr die tolle Frau, der sie damals war. Iris habe sich zu ihrem Nachteil entwickelt. Im Live-Sendung der Show brach Iris in Tränen aus. Er habe gehört, dass sie mit dem Gedanken hergekommen sei, sich mit ihm auszusprechen, erklärte der 56-Jährige, und er fragte, warum sie dies nie persönlich gemacht habe. Sie habe ihn beschuldigt, dass er ein Fremdgier sei. Und Iris verlange von ihm eine Entschuldigung für Dinge, die er nicht gemacht habe. Sie habe ihn monatelang durchs Internet getrieben. Ich habe es öffentlich gemacht, meinte sie. Es habe aber nichts gegeben, was man hätte öffentlich machen können, entgegnete er. Du hast mein Leben zerstört. Du hast mir den Boden unter den Füßen weggezogen, warf sie ihm vor. Sie wolle, dass er ihre Scheidungspapiere unterschreibe, was er aber nicht tun werde. Er habe stattdessen eigene Scheidungspapiere erstellen lassen. Egal welche Unterlagen schließlich irgendwann unterschrieben werden, Milski dürfte sich wohl geirrt haben. Wegen Peter, Iris Klein bricht weinend bei Promi Baby zusammen. Das war zu viel für Iris Klein, 56. Nach monatelanger Funkstille traf die TV-Bekanntheit bei Promi Big Brother wieder auf ihren Noch-Ehmann Peter Klein, 56. Unter anderem zwang der große Bruder die Streithähne zu einer großen Aussprache. In den vergangenen Tagen schienen sich die einstigen Eheleute dann ein wenig beruhigt zu haben, von Streitigkeiten fehlte jede Spur. Doch hat es Peter jetzt etwa zu weit getrieben? Iris bricht unter Tränen im Promi Baby-Container zusammen. Wie die Fans im Promi Big Brother Livestream sehen konnten, kamen die Bewohner des berüchtigten TV-Containers auf die baldige Weihnachtszeit zu sprechen. Woraufhin der 56-Jährige mit Manuela Wiesbeck, 40, einige Weihnachtslieder trällert. Zu viel für Iris, sie flüchtet weinend ins Badezimmer. Die weihnachtliche Stimmung erinnere sie zu sehr an die glückliche Familienzeit mit Peter. Manuela tröstet sie darauf hin, das waren 20 Jahre Ausrufezeichenpunkt. Gleichzeitig macht sich die Mama von Daniela Katzenbürger, 37, Sorgen um ihre Beziehung mit ihrem Mister. T, mit dem sie nach der Trennung von Peter zusammenkam. Wenn der jetzt hier zuguckt und sieht, dass ich hier heule, weil ich an die Vergangenheit denke, weint Iris. Doch nach ihrem Tränenausbruch ist sie vor allem eins, saur. Am liebsten würde ich ihm das Maul stopfen, dass er hier nicht singt. Wenn du weißt, dass wir 20 Jahre mit den Kindern immer gesungen haben an Weihnachten. Das ist bitter, wettert Iris.